So, das hier noch aufsammeln. So, hallöchen und herzlich willkommen zur... Ja. Nächsten Folge von Blasphemous. Wir müssen jetzt hier irgendwie hin. Und ich sag mal so... Da oben geht's nicht weiter. Ähm... Das ist nicht gut. Da geht's noch hin. Mal sehen, wie ich dort... Ach nee, da komm ich ja gar nicht hin. Das heißt, in dieser Folge werden wir hier unten weitermachen. Oh Gott. Und da kommen wir hin, indem wir... Ich glaub beim Aufzug... Ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht. Der Aufzug sollte auf jeden Fall über drei Etagen führen. Deswegen gibt's ja diese drei Wasser, die man im Endeffekt besiegt, denk ich mal. Erstmal gucken, wie komm ich denn da runter. Okay, am schnellsten. Hier rechts lang. Und zwar... Hier entlang. Ey, der lässt einen nicht mal hüpfen. Das ist unnormal. Gibt's da Spiele eigentlich auch für die Switch? Das würde sich extrem lohnen, glaub ich. Oh! Äh, ja. Ne. Äh. Was hab ich denn hier bekommen? Pilekbein von Jeremia, dem Henker. Jeremia, äh, schweigern, nahm tausend von Gefangenen das Leben immer. Besten glauben, dass sein Wert geheiligt sei. Als ihn zweifelbeschlichen zerfraße ihn seine Gewissensbisse. Tja. Pech. Auch Pech. Äh, so. So, jetzt erst mal gucken. Wo muss ich hin? Hier nach rechts. Ach nee, das ist das Falsche. Eins höher und dann nach rechts. Die Bibliothek, die kommt zum Schluss. Erst mal die anderen Gebiete machen. So. Mein Gott, sind die schnell. So, und hier von rechts und dann nach unten mal gucken. Wo es dort lang geht. Oh Gott, das sieht nach was aus. Okay. Georg Thomas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 A heavy burden within thee, although I can neither see thy face, nor hear thy voice Forgive my manners My name is Miriam This place of crimson shadows has summoned me Something in this suffering land A will that eludes my understanding Decided that I alter the course of my journey And brought me to this place And if it has sanctioned this meeting It must be because we are being put to the test Destined to mutually help one another Under its watchful gaze This crystal that lies before us Is what allows me to travel to distant lands But, as you can see It is cracked And its magic extinguished To restore it I must find the shards that are scattered throughout your world I beg you Allow me to show you one of them It lies beyond this door This is one of the portals of the blue rose That guard each and everyone of the crystal shards The force of its magic Will not allow me to enter Pray Help me Anonymous warrior Enter in my stead And retrieve the shards I must return to my kingdom And I must not tarry Nein Was ist das denn? Und schon verkackt, glaub ich Gott, da muss man sich ja konzentrieren Na los, kommen sie Vereilen sie sich Oh, das war knapp 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Verdammt Und nochmal Ich habe zu lange hier gebraucht Und nochmal Und zack Und bam Und krawumms Die Dumms Ach man So Jetzt merkt man erst mal Wie viel mal Zeit ich gerade verschwendet habe Wobei das hier auch nicht gerade wenig Zeit ist Die das braucht Boah, die Controller-Vibration, die nervt Tudu Tudu Wow Wow Erstens weiß ich nicht wo die sind Und zweitens mach das selber Also wie gesagt Ich werde das Spiel nicht auf 100% machen Ich werde versuchen Vielleicht finden wir hier und da mal so ein Kristall So ein Kristall-Mess Das ist ein Kristall-Mess Okay, jetzt müssen wir nach runter Agua 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 Und jetzt hier runter Rechts Jetzt hier wieder die tollen Geister Die überhaupt nicht nervig sind Habe ich den schon mal benutzt Ja Ich gehe nach links Was ist das denn? Na Hörst du auf? Hörst du auf? Und jetzt sind die nochmal nach rechts Würde ich sagen Hä? Bin ich jetzt blöde? Ein bisschen vielleicht Ach, ich kann hier gleich mich ranhängen Wie das aussieht Oh Nochmal Hat ja fast geklappt Ach, schade Das wäre was geworden Wie viele hat der denn da in seinem Sack? Kann ich da irgendwie Nee, das ist nur noch zum runtergehen Okay Der Ort ist scheinbar noch recht aktiv Das ist eine Tau Das ist eine Tau Das ist eine Tau Waaap, waaap oder welchen. Vor allem von hier höre ich nicht mal mehr den Sound. Nene, du kommst nochmal zurück. Warum hat das so viele Steckplätze? Nein, geh nochmal nach links. Aua. Kreuzband des dunklen Hexenmeisters. Der Priester im dunklen... Hier, Silberlesen. Viel Spaß. So, und der muss zwei nach rechts. Aua. Nämlich hier hin. Ah, hier sind wir endlich mal richtig. Aua. Was ist das hier? Okay. Achso, und dann stelle ich den nach ganz links und dann... Das sind wir richtig. Das sind wir richtig. Ich verstehe das nicht. Warum ist da nicht mehr? Und er möchte, dass ich den Sound weg mache. Ich hab eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Willkommen. Hallo. Du bist frei von Schuld. Naja. So würde ich das nicht behaupten. Ich hab die eine Frau getötete. Und die andere auch. Oh. Aua. Aua. So. Gott, geht das hier weit. Gut. Ah, das hier gefällt mir schon besser, weil das linear ist. Das hier gefällt mir schon besser, weil das linear ist. Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Achso, wenn ich den jetzt betätige... Dann kann ich hier hin. Und dann nochmal den drücken. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Okay, hier ist noch ein Fragezeichen, was ich hinsetzen kann. Das hab ich fast schon gemerkt. Das hätte ja ganz gut sein können. Nein, wir haben noch genug von den Klaschen dabei. Wir können nichts aufleveln, denn das macht keinen Sinn. Nein, schade. Gibt es noch tiefer? Ich glaube, dort oben gibt es noch ein Secret. Was ist das denn hier? Und noch ein HP-Up. Ich glaube, das sind fast alle HP-Ups, die wir haben, oder? Oder bekommt man noch mehr irgendwo? Und das war total inkompetent. Hier ist noch ein so ein Typ, der explodiert vor unserer Nase und ist tot. Was ist das denn? Die Seite zeigt die Abbehöhung Oberschenkelknochens. Schienenbein. Knie-Scheibe. Okay. Ich schreib mir das mal auf. Also, Kniescheibe, Oberschenkelknochen und Schienenbein. Also, äh, Oberschenkelknochen, Schienenbein und Kniescheibe. Hab ich hier einen Stift? Moment. Oh, der schreibt ja super. Ah, doch. Oberschenkel. Schienenbein. Und Kniescheibe. Alles klar? Was auch immer das hier ist. Ich mach mal nochmal Fragezeichen hin. Da geht's noch weiter. Aber ich geh erstmal nach oben. Ah. Oh oh. Hä? Da kommt man wohl gar nicht so hin. Oder gibt's hier irgendeinen Trick? Naja, es gibt bestimmt einen. Da odotadatadadadeladaddadadadado. Oh oh. O oh. Ach, warte mal. So hier vielleicht. Jetzt sind beide hier links. Und jetzt sind beide wieder zurück. Aha. Und jetzt kann ich... Was kann ich denn jetzt so? Das hier machen. Ah, doch. Das geht ja. Super. Und an die Kiste. Was auch immer das ist. Ein Gebet, das die Barrierefeuerung wird sehr raufbeschwört. Okay. Nein. So, und jetzt noch mal zurück. Mal sehen, wo es hier links lang geht. Das führt auf jeden Fall an unseren Tod, weil ich, äh, naja, mein Leben sieht nicht mehr so gesund aus. Fingerglied. Aha. Das kann ich mir nicht anhören. Da liegt einer. Die, äh, die Tür enttäuschen mich. Ich möchte nicht das, äh, da muss man sprechen von der Wahrheit. Die Wahrheit liegt in der Freiheit. Äh, äh. Das sind, äh, da sieht auffällig aus, aber... Ich, äh, die Ostadow, by name, Nightwatchman, by train, am at thy mercy. You have my gratitude for quelling such an unbearable sound. We are in the library of denied words for the pages that lie within these trusted tomes are forbidden and forever shall be. All that accompanies me here are these ponderous keys and the wandering souls that, even after death, still hunger for knowledge. Watch your step, best... Ja, ja. Mhm, 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 mhm. Die überste Reste einer, äh, 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 getragen von einem... Hilfe, Rufe, Echo, machen wir klar und deutlich, verlangen wir Armonet-Erfüllung. Er erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Hier könnt ihr selber lesen. Au, jetzt bin ich tot. Das ist schade. Mal sehen, wie weit ich jetzt laufen muss. Oh, oh. Oh, oh. Ja, okay. Also haben wir das Geräusch doch nicht gehört, weil... Och, nee, das hat sich resettet. Ah, nicht ganz resettet zum Glück. Ach, einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei. Also ein Altar wäre da hinten mal ganz gut. Ich bin ja jetzt schon wieder fast down. Ey, ganz ehrlich. Falsche Richtung. Warum fährt es nicht nach links? Hä? Ey, ohne Witz. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Kann ich jetzt... Wie kann er mich jedes Mal treffen? Wozu denn überhaupt noch aus? Da müsste ein Fragezeichen sein, ja. So. Okay. Oh, nee. Oh, bitte. Oh, zum Glück. Äh, jetzt geht er lang. So. Okay, da muss ich... Okay, da muss ich... Hier. Tropfe gerundet hinter. Geht das zu gerne schreien? Ne, 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 ne. Er hört die Kraft von Begebeten. Gebeten, nö. So. Das war doof. Oh, hier wird ein Boss sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.